Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute nicht in Los Santos oder irgendwo, keine Ahnung wo, in was für einer Spielwelt ich gerade ein Video mache, nein, sondern einfach ein Real-Life-Video und zwar heute mal über, ja, ein paar Änderungen. Ihr wisst ja, Profil-Banner hat sich geändert, YouTube-Profil-Banner ist jetzt ein Real-Life-Bild drin von mir, Profil-Foto hat sich geändert und ich möchte einfach mal ein paar Sachen über mich erzählen, natürlich nicht so viel Privates, das ist klar, ich schütze meine Privatsphäre, aber es gibt Dinge, zum Beispiel in welchem Bundesland wohnst du? Uniche Brune in dem Bundesland Baden-Württemberg. Das heißt, jemand, der mich in Baden-Württemberg mal sieht oder trifft oder keine Ahnung, der kann sicher sein, ich bin der junge Zocker. Einfach mal ansprechen und so, bist du der junge Zocker? Dann sage ich, nein, mich nicht. Ich weiß nicht, was ich dann sage, soll ich dann sagen, ja, ich bin der junge Zocker, äh, moin moin und so. Das werde ich dann wahrscheinlich sagen. Ne, jetzt mal ernsthaft. Ähm, wohne in Baden-Württemberg, bin 22 Jahre alt und bin ausgelernter Koch. Ne, YouTube fing ich in der Kochazubi-Zeit an. Und dann, ähm, habe ich ja, äh, Wurfung bestanden und so. Und jetzt habe ich noch eine Wohnung gekauft, über 100.000 Euro. In der Wohnung bin ich gerade. Äh, bin gerade in der Küche hier. Äh, es hat natürlich nichts mit einer professionellen Küche zu tun hier, sondern es ist ja eine Billig-Küche hier. Aber das ist ja auch nicht so wichtig, ne? Genau, ähm, es wird bald wieder was Neues kommen. Meine Formate ändern sich ja immer. Erst habe ich gesagt, oh, ich mache dieses Format. Das Format habe ich dann gleich wieder abgesetzt. Äh, ich mache einfach just for fun. So. Just for fun, das ist mein neues Format hier. Ne, ich mache einfach just for fun. Ich mache einfach ein Video, was mir so gerade einfällt. Hier, PX-21. Stroh-Sanji. Bestes Headset. Ich bin mit dem sehr, 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 sehr zufrieden. Ähm, bei den Let's Plays muss ich mal ein bisschen gucken. Oder allgemein. Ich weiß nicht, ob es an meinem Handy liegt. Aber meine Videos sind sehr, sehr leise. Sehr leise. Zumindest auf dem, wenn ich es auf dem Handy angucke, mein Let's Play, muss ich auf volle Power schalten. Und in einem geräuschlosen Raum sein, um es überhaupt zu verstehen. Moin Leute, was geht? Ich höre kaum was. Ich höre echt kaum was. Ja, ich heiße Florian. Äh, Nachname wissen nur die Leute, die, ähm, mich, äh, auf dem PSN haben. Da wissen die Leute auch meinen Nachnamen. Ähm, wobei das mir egal ist, weil es viele Leute gibt mit meinem Nachnamen. Unglaublich viele. Zigtausende. Glaube ich gar. Habe ich gerade mal ein bisschen gegoogelt so. Auf jeden Fall, ähm, ja, das sind so ein paar Fakten über mich. Ähm, mein Lieblingsessen ist... ...ist jetzt Käsespätzle. Leckere, selbstgemachte Käsespätzle. Es gibt nichts Besseres. Und, äh, ich glaube, was trinke ich gerne zur Zeit. Das hört sich jetzt lustig an, aber ich trinke Wasser. Wasser? Leitungswasser. Ist zur Zeit mein Lieblingsertränk. Ich trinke keine Cola mehr und, äh, verzichte groß, größtenteils auf Zucker. Was heißt, kein Red Bull mehr, kein Monster Energy. Habe ich sowieso nie getrunken. Äh, keine Schokolade. Sowas esse ich nicht mehr. Total Verzicht. Total Verzicht. Jo. Aber natürlich ein paar leckere Brötchen. Esse ich trotzdem. Ist ja auch Zucker dran. Kohlenhydrate. Ja. Das waren eigentlich ein paar Fakten. Hier meine Kamera. Weiß nicht, was ist das denn? Ich weiß nicht, ist das die Logitech-Kamera? Da steht Trust drauf. T-R-U-S-T. Keine Ahnung. Oder ist das die Marke Trust? Egal. Trust 720p. Ich glaube, mit dem kann man im Jahr 2015 auf jeden Fall noch leben. Ähm. Jo. Und das sind eigentlich ein paar Fakten über mich. Das war das Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wann das kommen wird, weiß ich nicht. Vielleicht in zwei Tagen. Aber es kommt auf jeden Fall ein Video. Es kommt. Es kommt auf jeden Fall eins. Versprochen. Haut rein. Ciao. Bis dann. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ferien. Ja.